Zwilling, Hallihallo, wie geht es dir? Herzlich Willkommen zu Alena Taroum. Auch die ältere Generation fühlt euch wieder einmal willkommen. Zwilling, heute machen wir den zweiten Teil von deiner Monatslegung, Mai 2023, was für viele in Verbindung steht mit dem Jahre 2023. Okay? Aus welchen Gründen noch immer. Zwilling, wir starten sofort und ich möchte dich nur daran erinnern, meine Handynummer hat sich geändert. Denk dran, okay, die findest du jetzt hier bei YouTube auf diesem Banner. Möchtest du eine private Legung, eine zielorientierte Therapie, etwas, was sich in deinem Sein weiterbringt? Du hast einen Notfall, schreib mich an, dann versuche ich dir am selben Tag noch einen Termin zu geben. Ansonsten habe ich nur noch zwei Termine frei für den ganzen Monat Mai. Okay? Zwilling, wir starten sofort. Wir werden heute meine Karten gar nicht großartig sortieren. Schniegelabink, das brauchen wir gar nicht. Wir gehen direkt in den Kern der Geschichte, damit du weißt, was sind die Antworten, die du bedarfst. Ja, wie findest du dich wieder in der Situation? Was ist vielleicht die Seelenbotschaft? Was ist eine Selbstanalyse? Zwilling, was auch immer, wir schauen rein, okay? Also lass dir Zeit beim Zuhören. Hast du Fragen, schreib mich an. Zwilling, come on, hier haben wir es schon, okay? Das Selbstvertrauen wird im Monat Mai die zweite Hälfte vom Mai, das heißt also die nächsten 10 bis 15 Tage sehr wichtig sein. Selbstvertrauen kann damit zu tun haben, entweder hast du vielleicht ein Thema mit Verlassungsängste, mit Seelenprobleme, ja, oder mit einer Verständigung in diesem terrenalen Sein. Selbstvertrauen kann auch heißen, dass du definitiv manchmal sehr impulsiv bist, sehr einsatzfähig, dass du deine Meinung raushaust, ja, wie ein Löwe. Guck mal, wenn du mit einer Löwenenergie zu tun hast, wie der Schütze Löwe oder einfach manchmal diesen Einsatz brauchst oder diesen Einsatz zeigst, sehr impulsiv, rational diese dunkle Zwillingsseite aus dir rauszuholen, wird das in den nächsten 10 bis 14 Tagen sehr wichtig sein. Aber wenn du eine Seite rausholst, ja, aus dir, an dir, in dir, solltest du das benötige Selbstvertrauen haben und zu wissen, dass es gut ist oder auch nicht gut ist, aber man die Konsequenz dafür trägt. In den nächsten 10 bis 14 Tagen geht es nicht nur darum, Selbstvertrauen zu haben, ja, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass, wenn du seit längerem schon in einer spirituellen Wandlungsprozedur bist, wenn du seit längerem schon in einer Heilungsenergie bist, ja, wenn du seit längerem schon versuchst, Verhaltensmuster zu lösen, wenn du schon seit längerem versuchst, eine Phase, eine Situation, eine Blockade etwas, egal womit es zu tun hat, zurückzulassen, wird in den nächsten 14 Tagen der beste Moment sein, um diese Situation zu erkennen, zu analysieren, einen persönlichen Bezug nochmal zu diesen Menschen oder zu dieser Situation oder zu diesen Energien zu bekommen, um eine Erleichterung darzustellen. Das heißt, eine schwere Phase kann sich für dich verändern oder lösen, wenn du auch vielleicht mit einem Stier, mit einem Steinbock, mit einer Jungfrau zu tun hast, okay? Wenn du in einer Situation steckst oder schon seit längerem steckst oder stecken wirst, wo es heißt, ich habe genügend Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, um diese Situation anzugehen, dieser Liebe ins Gesicht zu schalten, was auch immer, egal was auch immer kommt oder kommen wird oder gerade ist, ja, der Schlüssel ist, genügend Selbstwertgefühl zu haben, um alle anstehenden Konflikte, Probleme anzugehen, damit sich hier eine tolle Frequenz ergeben kann. Deine Energien werden in den nächsten 10 bis 14 Tagen in Fahrt kommen. Es ist so wie, als ob eine Vorbereitungszeit, auch auf Seelenebene, auch im Bezug, ja, wie lerne ich mich besser kennen, wie lerne ich meinen Partner besser kennen, was mache ich mit meinen Kindern vielleicht auch. Die nächsten 10 bis 14 Tagen werden viele Erkenntnisse auf dich zukommen, die mit Selbstfindung zu tun haben. Wir sind manchmal nicht nur so, weil wir so sind, sondern unserem Asstendenten, unsere Mondenergie. Die planetarischen Konstellationen zum Zeitpunkt unserer Geburt sind sehr, sehr ausschlaggebend für unsere ganzen Frequenzen, okay? Wir gucken jetzt einfach mal, also das heißt, die nächsten 14 Tagen bedarf es Selbstvertrauen, an das Unmögliche zu glauben. Schwierige Momente werden zurückgelassen werden und du wirst wirklich wie eine Achterbahn emotional und auch körperlich sehr aktiv sein, okay? Für einige von euch geht es um Romantik, um Liebe, um Zärtlichkeit, um Partnerschaft, um jemanden an dich ranzulassen, ja? Du hast als Single, als Alleinerziehende, als Witwer, als was auch immer, Partner, als Mensch generell immer die Möglichkeit, mit einem Menschen zusammen zu sein. Viele Zwillinge wollen das heutzutage gar nicht mehr. Viele Zwillinge möchten einfach nur ihr Leben leben, Spaß haben, sich amüsieren, zwar auch mit netten Menschen in Kontakt sein, aber die nächsten 10 bis 14 Tagen wird sich nicht darum drehen, ja? Kommt ein Partner, kommt die Liebe, werde ich Sex haben, sondern die Selbstfindung, die Erkenntnis, warum laufen viele Partnerschaften verkehrt, ja? Warum bist du immer in der gleichen Situation gewesen? Es geht mehr um dieses Hinterfragen, aber nur kurzweilig, dann wird das weggeschossen, weil eine romantische Phase oder ein romantisches Treffen, eine gewisse romantische Energie macht sich für Zwillinge bemerkbar, okay? Wenn du ein Zwilling bist, der in den nächsten 10 bis 14 Tagen seinen Zielen, seinen Träumen, seinen Bedürfnissen, seinen Erkenntnissen, seinen Veränderungen, seinen Heilungen, seinen spirituellen Energie, ja, seinen Selbstanalysen, seinen Weg, egal ob es anderen gefällt oder nicht, egal ob es schwer ist oder nicht, seinen Weg geht und immer im Auge behält, das, was wichtig ist, werden hier nicht nur Träume in Erfüllung gehen, nicht nur sich Türen öffnen, sondern die Verbindung mit dir selber wird eine wundervolle Vision kreieren und freisetzen, die dich dazu entfalten lassen wird und dich dazu führen lassen wird, in den Blauflug zu kommen, okay? Ein Zauber wird in dir geweckt, sehr kreative Momente kommen, finanzielle Verbesserungen, okay? Tauche in die Welt der Gefühle ein, tauche in die Welt der Sinnlichkeit ein, tauche in die Welt des Selbstvertrauen ein, tauche in die Welt, ja, von Zwilling ein und genieße diese Dualität mit dir selber. Mai heißt vor allen Dingen, dich mit dir selber in Verbindung zu setzen, die Freiheit zu genießen, ja, durch die Gegend zu tanzen, nicht immer nur zu analysieren, nicht immer nur zu lernen, sondern auch mal den Genuss zu haben, einfach nur frei zu sein, okay? Mut und Tapferkeit bedarfen in den nächsten 10 bis 14 Tagen wirklich hier das Regiment, aber aus der Liebe heraus. Die 2, die 3, die 5, die 6, die 35, die 8, die 53, die 11, die 4, die 22 könnten von Bedeutung sein, okay? Leichtigkeit kommt in das Leben von unseren Zwillingen, gerade wenn du die Zahl 18, die 9 und die 81, okay? Gerade wenn du ein bisschen verwirrt warst, gerade wenn die Vergangenheit noch ein bisschen nachweht, okay? Gerade wenn du manchmal aus dem Herzen heraus den Weg nicht findest, mach dir nicht so viele Gedanken, es kommt der aufwachende Augenblick in den nächsten 10 bis 14 Tagen und die Leichtigkeit kommt in dein Leben zurück und du wirst strahlen wie ein Otto-Kind, du wirst es mir noch berichten, okay? Die Freundschaft wird sehr wichtig sein, aber auch die Veränderungen wirklich zum richtigen Zeitpunkt zu akzeptieren, die Geborgenheit im Hier und im Jetzt zu leben, mit einem Partner, ohne einen Partner, mit den Kindern, ohne Kinder, was auch immer, aber die nächsten 10 bis 14 Tage heißt Heilung, Spiritualität, Glanz, Fülle, Erfolg, alles was unsere Zwillinge möchten und sich danach sehnen, auch wenn man dafür einen kleinen Preis bezahlen darf. Brauchst du Hilfe, möchtest du nur mehr wissen, schreib mich an, Zwilling, ich helfe dir unheimlich gerne. Von mir aus, Zwilling, alles erdenkliche Liebe und wir hören uns bald.